liebe zuschauer ich darf sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen spiel wolf fuß und frank buschmann sind für sie live dabei und es kann eigentlich keinen zweifel geben dieses spiel hier das wird richtig interessant brent bf gegen glasgow rangers spannende geschichte diese beiden im direkten duell wolf da freuen wir uns drauf und das spiel läuft schussversuch so wünschen wir uns das frühes tor in dieser partie so kann es weitergehen sie sind jetzt also in führung 10 anspielstationen werden da machen sie sehr gut verteidigt hat den ballbesitz jetzt will er ihnen den ball abnehmen was macht er draus klasse pass da kommt er raus und nimmt dem angreifer den ball ab sehr guter einsatz genau richtig geteilt ja sieht durchaus vielversprechend aus ganz stark jack da ist ein gefährlicher steifers jetzt die flanke das tor sollte erstmal für klare verhältnisse und mit dieser führung im rücken da können sie jetzt ihr spiel aufziehen 2 0 steht sie ja sie machen einen guten eindruck sie rücken schön nach bieten sie an jetzt ist gefährlich so fangen sie den angriff früher ab sehr gut da wäre platz für einen konter aktion läuft weiter nach wie vor gefährlich direkt wieder zurück jack guter pass das könnte chance werden gute aktion jetzt jetzt vielleicht die flanke ball ist unterwegs gehalten aber der ball weiter im spiel jetzt können sie klären hätte sonst gefährlich werden können 60 sekunden gibt es noch als nachspielzeit viel geht also nicht mehr ja das ist ein guter pass die chance jetzt beruhigende führung zur pause 3 0 ist der spiel stand nach 45 minuten richtig gute partie heute von ihm ihm gelingt heute fast alles ist quasi nicht zu verteidigen und damit pfeift er die zweiten 45 minuten an die chance auf den kontaktieren die chance auf den kontaktieren vielleicht machen sie was aus diesem kontaktieren der neue spiel stand lautet jetzt also 321 die chance auf den kontaktieren die chance auf den kontaktieren aber dann doch der fehler ballverlust ja guter pass gut dazwischen gegangen im eigenen 16 schöner pasta gefährlich flanke kommt nicht durch jetzt können sie den kontaktieren er spielt steil schönes dribbling hier zweikämpfer gut es wird hier mit ecke weitergehen und jetzt die gelegenheit noch mal auf diesen treffer zu gucken da zeigt er seine schusstechnik ein tolles tor ecke kommt den 16er sie sind fast wieder da es fehlt nur noch ein tor das könnte ein ganz wichtiger treffer gewesen sein 5 treffer haben wir gesehen es steht 3 2 das ist ein enges spiel kurzer blick zur uhr viertelstündchen haben wir noch jack ja könnte was werden klasse aktion das macht er sehr gut jetzt ist platz für den kontakt und jetzt ist die gefahr bereinigt weg ist der ball james tavernier balleroberung das war natürlich ein guter zweikampf vielleicht bekommen sie noch die chance zum ausgleich jetzt gilt's sechs minuten haben wir hier noch der ball holt er gut verteidigt abwehr muss so langsam aufpassen weiter dieses dribbling das war eine richtig gute möglichkeit aber jetzt der ballverlust mit tollem timing gehen sie da dazwischen in diesem moment ist die partie zu ende für die gastgeber gibt es heute also eine niederlage sie müssen also eine niederlage einstecken es war knapp es war eng es war extrem spannend und ich denke sie müssen sich nicht nur ärgern über dieses spiel es gab durchaus positive ansätze darauf kann man aufbauen daraus kann man lernen absolut überzeugend seine heutige leistung ganz toll also überragend hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden treffer ein nicht nur nicht nur nicht nur